Es war eine der deutschen Promitrennungen des vergangenen Jahres, Ina Müller und Johannes Oerding. Nach 13 Jahren hatte es sich ausgeliebt. Er soll mittlerweile wieder neu verliebt sein. Seine vermeintlich neue, keine unbekannte in der deutschen Musikszene. Liebes Outing in schweren Zeiten? Glück und Trauer liegen manchmal nah beieinander. Johannes Oerding liefert dafür aktuell das beste Beispiel. Ende Januar musste der Singer-Songwriter den Tod seines geliebten Vaters Udo Oerding verkraften. In einer Todesanzeige in der Rheinischen Post nimmt Familie Oerding Abschied von dem 77-jährigen Arzt. In einem Zug mit Johannes Oerding wird auch sie genannt. Yvonne G. Funkte es bei der Arbeit? Lies Johannes Oerding damit fast unbemerkt eine Liebesbombe platzen? Die Todesanzeige kann durchaus als offizielles Beziehungs-Update gesehen werden. Hat das vielleicht Paar keine Lust mehr auf Versteckspiele? Auf Brisant-Anfrage teilte das Management von Johannes Oerding mit, dass er sich nicht zu privaten Angelegenheiten äußere. Fest steht. Yvonne G. arbeitet wohl als Digital-Creator in Johannes Oerdings Social-Media-Team. Beide folgen sich auf Instagram. Er markiert sie immer wieder auf Bildern. Johannes Oerding. Liebt er die Ex seines besten Freundes Vincent Weiss? Wer sich in der deutschen Musikszene auskennt, wird beim Namen Yvonne G. aufhorchen. Die Social-Media-Redakörin war mehrere Jahre mit Vincent Weiss liet. Auf ihrem Instagram-Profil findet man noch immer ein gemeinsames Fotos aus alten Zeiten. Nicht nur das. Der Sänger widmete seiner verflossenen mehrere Songs, darunter Pläne. Darin singt Vincent Weiss. Du wolltest doch meinen Ring an deinem Finger. Wir wollten doch ein Haus und zwei Kinder. Und dann an allen Tagen nebeneinander aufwachen, bis zum Schluss. Anscheinend träumten die beiden von einer gemeinsamen Zukunft. Weshalb sie dann doch getrennten Wege gingen. Unbekannt. Pikant. Vincent Weiss und Johannes Oerding gelten als Best Buddies. Im Interview mit Barbaradio plauderten die beiden 2021 aus dem Freundschafts-Nähkästchen. Vincent Weiss. Mit Johannes kann ich über meinen Job anders sprechen, weil er genau das Gleiche macht. Er weiß, wie es ist, auf der Bühne zu stehen. Wir können auch über Finanzen sprechen. Mit Oerding mache ich auch einmal im Jahr Urlaub. Er hat sogar gesagt, dass er mich letztes Jahr öfter gesehen hat, als seine Frau. Und dann werden wir auf die Ou girls Florence stephen, dann lassen Sie Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.